Autofahrer, Autofahrer, die am Steuer mit dem Handy telefonieren, verursachen mehr Unfälle als alkoholisierte Fahrer. Polizisten hören deshalb immer öfter die Ausrede, nein Herr Wachtmeister, ich hab nicht mit dem Handy telefoniert. Ich hab mir nur die Flasche ans Ohr gehalten, um zu sehen, ob das Bier noch kalt genug ist. Aber so einfach lässt sich die Polizei nicht immer abwimmeln. Guckst du. Guten Tag. Hä? Guten Tag. Ich sagte, ach vergessen Sie es. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? Nein, haben Sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein dabei? Führer. Führer. Ja. Führer. Antwort, Führer. Nein. Antwort, Führer. Antwort, Führer. Nein, ich möchte doch nur den Führerschein sehen. Den Führerschein. Die Fahrerlaubnis. Na, Sie wissen es schon. Na, 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 Nazi. Nazi, Nazi. Nazi, Nazi. Ich befinde auch noch Nazi Hilfe. Hilfe. Mensch, nicht Nazi. Ich sagte Nazi. Ach, lass doch gleich aus. Russia, Russia, Russia. Raschist. Russia, ich befinde auch noch Nazi. Das ist ein Irrtum. Ach, wissen Sie was? Fahren Sie einfach weiter. Aber geben Sie in Zukunft nicht so viel Gas. Galt! Mann, 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 das war klar. Das kannst du laut sagen. Aber ich muss diesen Scheiß durchziehen, wenn ich meinen Führerschein zurückkriege. Michal, Mann, Mann. Sind Sie hier mit Behaviundet? Aber ich üblew Man.